Liebe Architekten, Horst Sonnermann hier. Was ihr hier seht, ist ein 3D-Modell in Archicad, was aus einem 3D-DXF kommt. Und dieses DXF in Archicad zu öffnen, ist nicht so ganz stromlinienförmig organisiert, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Und ich werde jetzt zeigen, wie das geht und was die Einschränkungen sind, wenn man so ein Modell in Archicad dann benutzen möchte. Wenn ihr ein 3D-DXF in Archicad öffnen wollt, geht das nur über den Weg, dass man es als Bibliothekselement öffnet und dann als GDL-Objekt in Archicad speichert. Alle anderen normalen Wege führen dazu, dass man eine 2D-Zeichnung importiert, also nicht das, was wir im Moment brauchen. Der Befehl, den wir brauchen, ist unter Ablage zu finden, Bibliotheken und Objekte. Und da gibt es einen Befehl, der heißt Objekt öffnen. Ich muss jetzt die Datei finden, die liegt in einem Ordner und die wird jetzt geöffnet und es gibt verschiedene Übersetzer in Archicad. Also Konfiguration von Parametern wie ein DXF, also das Austauschformat von AutoCAD, in Archicad übertragen wird. Da gibt es hier eben diese sogenannten Übersetzer und man kann bei jedem Übersetzer auch unter den Einstellungen nachschauen, was der so macht. Nehmen wir an, dass die AutoCAD-Datei mit der Zeichnungseinheit Meter gezeichnet wurde, dann ist es natürlich schlau, wenn hier gewählt wird, verwende den Wert 1 Meter. Das ist natürlich nicht offensichtlich, denn es kann auch in Imperial Measures gezeichnet worden sein oder eben auch in Millimetern. Letzten Endes muss man das ausprobieren. Wenn man sich mal diese Liste der Übersetzer anschaut, dann gibt es eben sehr viele. Und die erste Wahl führt zu einem unvollständigen Modell. Nach meiner Erfahrung, nach meinem Test, hat das am besten geklappt mit dem Übersetzer 1.5. Layout-Modell Komplettstifte 1 zu 1. Ich gehe jetzt auf Open. Jetzt öffnet sich in Archicad erstmal dieses Fenster. Dort steht, welche Layer ich aus der Datei übernehmen möchte. Vorsichtshalber wähle ich alle. Ich habe jetzt zusätzlich ein neues Fenster und in dem wird jetzt dieser GDL-Editor angezeigt. GDL ist Graphic Description Language. Das ist die Skriptsprache von Archicad. Ich will jetzt überhaupt nicht auf die Einzelheiten eingehen, die mit der Bearbeitung, Editierung oder Verwaltung von GDL-Objekten zu tun haben. Was wir hier brauchen, ist vor allen Dingen eine Sache. Wir müssen eine Lizenz für dieses GDL-Objekt festlegen. Da steht nicht definiert. Das ist ganz wichtig, sonst meckert Archicad gleich beim Speichern. Public Domain Dedication 1.0 funktioniert. Man muss nur auf dieses kleine Schließen-Symbol klicken. Dann fragt Archicad, ob man das nicht sichern möchte. Ich kann auch STRG oder CMD-S drücken vorher. Wie auch immer. Ich muss es jetzt benennen. Ich lege jetzt mal einen eigenen Ordner an für mein neues Bibliothekselement. Neuer Ordner. Den nenne ich mal Modell. Erstellen. Das Ganze soll natürlich nicht neues Bibliothekselement 1 heißen, sondern Stuttgart Modell 3D. Jetzt versichere ich das. Ich kann jetzt auf dieses Bibliothekswerkzeug gehen, denn das ist jetzt genau das Werkzeug, mit dem ich dieses Modell in meine Archicad-Datei hineinhole. Ich klicke da mal doppelt drauf. Hier sieht man schon Stuttgart Modell 3D. Jetzt sieht man auch hier das Ding von der Seite. Man sieht, wie breit das Ganze ist. Es ist 673 Meter breit, es ist 702 Meter in der anderen Richtung und es hat die Höhe von 72 Metern. Jetzt klicke ich auf OK und ich klicke einfach und dann wird es platziert. Jetzt drücke ich mal CMD-0, um alles zu sehen. Da ist das Prachtstück. Ich drücke STRG-3, CMD-3 und schaue mir das mal 3D an. Und was ist jetzt hier los? Irgendwas ist immer. In diesem Fall ist es zu hoch. Wir haben hier unten in Archicad die Null-Ebene, die durch dieses hellblaue Rechteck dargestellt wird. Und das Modell schwebt offensichtlich über dieser Null-Ebene, und zwar ganz schön. Also man sieht hier einen ziemlichen Abstand. Wenn ich das jetzt nochmal mit STRG-A oder CMD-A auswähle und mit CMD-T oder STRG-T die Einstellung aufrufe, dann sehe ich, dass es aber trotzdem hier steht. Zum Projektursprung hat es die Höhe 0. Wenn es aber dann trotzdem schwebt im 3D-Fenster, dann heißt das, dass der modell-eigene Nullpunkt offensichtlich nicht irgendwie an der Unterseite des Modells liegt, sondern deutlich darunter. Und die Vermutung liegt nah, und die bestätigt sich auch, wenn man das nachmisst, dass der Modellierer, der Konstrukteur, das sozusagen bezogen auf den Meeresspiegel gebaut hat. Stuttgart ist ungefähr 200 bis 400 Meter hoch gelegen, und er hat es ungefähr auf die Höhe 250 Meter gelegt. Also er hat sozusagen reale Höhenquoten verwendet. Was jetzt für uns den Nachteil hat, dass der Nullpunkt dieses Modells außerhalb des Modells liegt, und zwar deutlich darunter. Und das ist ungefähr, ich habe es ausgemessen, minus 250 Meter. Ich stelle jetzt also mal minus 250 Meter ein und klicke OK. Wenn ich es jetzt drehe, dann sehe ich, dass es also einigermaßen auf der Höhe 0 liegt. Ich kann jetzt auch mal, der Deutlichkeit halber, im 2D-Fenster eine Decke zeichnen. Eine Decke ist voreinstellungsmäßig immer mit ihrer Oberkante auf der Nullebene des aktuellen Geschosses. Jetzt zeichne ich da einfach mal so ein Rechteck rein. Und wenn man sich das jetzt nochmal 3D anschaut, dann hat man so eine Ahnung, wie das Ganze ungefähr aussehen würde. Ich schalte mal den 3D-Stil auf Schattierung mit Schatten. Die Decke stelle ich mal geschwind ein auf eine schöne Farbe. Nehmen wir mal die Farbe Rot. Das Modell, das wähle ich aus, indem ich auf das Objektwerkzeug klicke. Und jetzt STRG oder CMD A drücke. Jetzt habe ich das ausgewählt. Gehe auf die Modelleinstellung mit STRG-CMD T. Und auch da kann ich, ich klappe das hier mal alles ein, bei den Modelleinstellungen nochmal sagen, ich überschreibe jetzt alles, was da intern an Materialien vorgesehen ist, indem ich da draufklicke und sage Kunststoff weiß, also weiß. Und dann ist das Ganze eben deutlich heller. Bei anderen DXF-Übersetzern fehlten bei dem Modell Teile, zum Beispiel hier vom Züblin-Parkhaus das Dach, vom Bröninger-Parkhaus das Dach. Ich habe es einfach ausprobiert mit einem Übersetzer, der funktioniert. Und der Übersetzer-Modell-Komplettstifte 1 zu 1 hat halt funktioniert. Jetzt gibt es noch ein ernsthaftes Problem bei dem Ganzen. Ein DXF-Modell in dieser Form ist einfach eine Konfiguration von 3D-Polygonen, ohne jegliche Information, um was es sich dabei handelt. Also die übliche Objektintelligenz von einem Programm wie Archicad wird hier auf keinen Fall bedient. Wir haben also weder Wände noch Decken noch Dächer, sondern eben ein einfaches Polygon-Mesh. Genauso wenig wie detaillierte Elementinformationen haben wir Fangpunkte. Das heißt, ich kann mich jetzt hier nicht zum Beispiel einfach einfangen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn ich jetzt in dem Modell arbeiten möchte. Es gibt eine Lösung, die zeige ich jetzt auch noch kurz. Ich kann 2D-Fangpunkte, aber keine 3D-Fangpunkte hinzufügen. Ich wähle dazu das Objekt Werkzeug aus, drücke dann STRG oder CMD-A. Und jetzt gehe ich nochmal oben in den Bibliotheksbereich meines Ablagemenüs und sage Objekt öffnen. Ihr geht auf das 2D-Symbol hier unten. Ich zeige das mal in der Lupe. Und da bekommt ihr quasi die 2D-Darstellung dieses Bibliothekselementes als Archicad-Zeichnung präsentiert. Und jetzt kann man in diesem Fenster, 2D-Symbol, wenn man das ein bisschen zur Seite schiebt, kann man ein 2D-Werkzeug benutzen, und zwar das Fixpunkt-Werkzeug. Das ist immer standardmäßig im Bereich Dokument von meiner Werkzeugpalette versteckt. Und da kann ich auf dieses 2D-Fixpunkt-Werkzeug klicken. Und jetzt nehmen wir mal hier das Zyblien-Parkhaus. Und jetzt kann ich hier an den Ecken Fixpunkte einfügen. Ich mache das auch noch bei dem anderen Parkhaus. Jetzt sind wir soweit fertig. Ich habe jetzt, nehmen wir mal an, das wäre jetzt ein wichtiger Bereich, den ich dann bearbeiten möchte. Deswegen habe ich jetzt da Fixpunkte gesetzt. Jetzt kann ich auch wieder hier das Ganze schließen. Wenn ich jetzt den GDL-Einstellungsdialog schließe, dann werde ich gefragt, ob ich das sichern möchte. Ich könnte es jetzt auch sofort sichern mit Command oder Steuerung S. Das mache ich jetzt auch mal. Und jetzt klicke ich hier auf Schließen. So, nach einem kurzen Update sehe ich, dass Archicad hier diese Punkte auch darstellt. Das heißt, das sind jetzt neue Fangpunkte. Die habe ich jetzt gerade eigenhändig hinzugefügt. Man sieht auch, wenn man da jetzt zum Beispiel mal so draufklickt, dann kann man jetzt also diesen Punkt fangen. Man kann den anklicken. Dann ist das ganze Modell auch ausgewählt, dieses 3D-Modell. Und was man auch zusätzlich sehen kann, sind diese vier Punkte da außen. Diese vier Punkte sind die sogenannte Bounding Box dieses Bibliothekselementes. Die kann man natürlich zur Planung, zum planerischen Umgang mit diesem Modell nicht gebrauchen. Aber die setzt Archicad immer automatisch nur zur Info. Nicht, dass ihr euch wundert, dass da auch noch schwarze Punkte sind. Das ist die Bounding Box dieses Objekts. Wenn ich jetzt dieses Modell in 3D anschaue, dann sieht man, ich habe nicht etwa diese Punkte in irgendeiner praktischen Höhe. Also ich habe die jetzt nicht zum Beispiel da an den Ecken, wo sie natürlich praktischer wären. Oder da unten. Nein, so ist es nicht. Ich kann mich mal da rausdrehen. Die sind also irgendwo da unten. Und da helfen sie mir natürlich nichts. Ich würde vorschlagen, man einigt sich darauf, dass eben ein Bibliothekselement dieser Form vor allen Dingen im Grundriss zu benutzen ist. Ich kann jetzt also auf jeden Fall im Grundriss damit umgehen planerisch und kann dann meine eigenen Objekte in der richtigen Höhe planen und die dann entsprechend anpassen beziehungsweise dieses Stuttgart-Modell in der Höhe verschieben, wie auch immer. Jetzt haben wir also ein 3D-DXF in Archicad geöffnet. Wir haben ihm 2D-Fangpunkte hinzugefügt und das Ganze im korrekten Maßstab in Archicad jetzt für die weitere Planung zur Verfügung. So liebe Kollegen, das war es zum Thema. Stadtmodell als 3D-DXF-Import in Archicad mit Nachbearbeitung. Wenn ihr Fragen oder Kritik habt, schreibt sie unten in die Kommentare. In Cinema 4D könnt ihr auch sehr schön mit einem solchen Modell arbeiten. Auch dazu gibt es ein Video. Und wenn ihr das Ganze nochmal in Ruhe nachvollziehen wollt, in meinem Blog www.horstsondermann.com gibt es eine Textfassung dieses Videos. und zwar mit einem solchen Modell Dateuk'n. Ja buraint zum Beispiel, daher Ecون DxF Port Blaseye wird es eine Matrix- capitulant, einances gelassungsifft und schreibt sie gar nicht einzigartig am bonuseset. wie gesagt, dass du das gehen nachamental